Es war eine zähe Mission, selbst für einen Arthetin-Spezialisten wie dich. Dr. Bergstrom missbrauchte Leute für seine scheußlichen Experimente. Was könnte Arthetins meistgeachteten Wissenschaftler zu so etwas getrieben haben? Es war dieses Juwel. Sie nennen es Rubinauge. Das war kein Juwel. Das war das Auge eines besonders üblen Dämons. Das Rubinauge ist imstande, Gedanken zu kontrollieren. Unsere besten Spezialisten sind seinen Kräften zum Opfer gefallen. Es nahm Geon. Und mich. Nimm das Rubinauge! Doch du warst anders. Du widerstandest seinen Verlockungen und bekämpftest die Dämonen, die versuchten, Arkan auferstehen zu lassen. Diese Willenskraft brauchst du für deine nächste Mission. Dort draußen. Viel Glück, Partner. Und rettest du die Welt, gehen die Drinks auf mich.